Willkommen zurück zu einer neuen Folge aus Flipper mit HaustonTV. Jetzt fangen wir an am 24. Haus und heute am 26. am 2. Feiertag. Ist so schön. Wieder eine schöne Zeit mit der Familie. Hoffentlich verbringen. Äh, wir haben irgendwann auch wieder Haufen. Genau, wir werden heute wieder Haufen. Alles klar, verkaufen. Was wollen wir hier verkaufen? Okay, das ist weg. Ah, das ist weg. Okay, gut. Oh, das ist weg. Tag, 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 Tag. Tag, Tag, Tag. Sehr schön. So, ein bisschen Putzi Putzi. Ey, schau, was sagen? Das ist Kakerlaken, also ein bisschen Kaffeebohren. Auf jeden Fall mal bis zum zweiten Stern würde ich gerne fertig machen, wie gesagt. Und dann gehen wir den Auftrag ab. So. Auftrag beendet. Shift und Pub. Ah ja, nee, Shift und Enter. So. 3.400 Rocknummer bekommen. Ja. Jetzt. Jetzt. Geht's richtig runter hier. Jetzt gehen wir auf Feuer. Hier. Also schafft bekommen. Oh. Crappy Fash haben wir jetzt auch da. Hier ist rote Hose. Das dauerte mal. Neue Freund. Ich leite ein kleines. Urhellen des Strandes. Meine Freundin ist Barista. Und wir würden uns nicht mal kurz in die Kaffeespure schauen. Hä? Wachst du? Einigeschen helfen. Okay. Und Band streichen. Ja. Aber gerne. Ah. Auf meine Sides. Als Neues kommt du lieber Gott her. Okay. Jetzt erst mal wieder. Ich dachte wir hätten schon einiges gemacht. Ey. Was ist denn die Mülltonne? Wenn. Wie. Ich habe ihn. Oh. Mein Kabel ja. So. Was weiß ich mir aus. Okay. Oh. Weg. Weg ist es weg. Was weiß ich mir. Was weiß ich mir. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Was weiß ich mir. a sehr gut so was wollen die herrschaften a löschen zack wird offen ist Okay. Nee. Ich bin jetzt hier drin. Ah. Oh. Ich bin jetzt hier drin. Ah. Oh. Äh. Äh. Das ist ein bisschen gefährliches. Ich sage es so. Ja, gut. Uh. Alles klar. Dann hauen wir erst hier rein. Geben wir erst ein Tacklen draus. So, dass alles bleiben. Sandi Leute. So, wir holen das in den Bügel weg, zack und zack, so, dann mal ein bisschen Putzi-Putzchen machen. Das wird Chipser aus. So, Schlopfer hier. Dann wird es nichts. Dann wird es nichts. Dann wird es nichts. Was sind denn welche Kartons denn? Achso, dann sind es hier die Plätze gegangen. Jo. Alter, Schubi. Du wirst mich verraschen. Die haben mir gar nichts getan. Die fallen runter hier. Zack. Sehr gut. Tisch. Sonst wird es noch gut gehen, oder was? Ja. Alles klar. Dann machen wir noch so ein Stückchen. Dann können wir auch, wie das hier zusammen passen soll. aber das ist nicht das ist nicht ein Problem ok, das ist ein step top so was gehen wir mal ok okay oh ok das ist klar gut aber was ich sehe nix ah jetzt ok ok alles klar gut, dann putzen wir mal kurz hier hinten dass wir oder so waschmaschinen ich weiß ich weiß ich weiß gar nicht gut so Fenster putzen ich weiß gar nicht gut so Fenster putzen ja ja alles kleinchen bärchen so mül also ich finde das gut das system wo denn malen streichen ah zack ne ich mische bitte zack zack malen malen ah ok ok Nein! Scheiße, warte, hopp, ja, ah, das ist cool, ja, das System finde ich echt klasse gelöst. Ah, ich wollte gerade sagen, es geht auch gerade schon lange hier. Oh, ich hier rollen kann mit einer Farbe. Lange raus, so. Ja, das ist eigentlich richtig geil. Mehr Farben, ja, so, zack. Und zack. Ja, prozentig. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das ist doch. Das ist doch nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ja, sonst nix soweit. Gehen wir hoch, ob wir da was mit tun haben. Oh, ja. Können wir hier also kaufen, also Platz bekommen. Gut, dann holt's hier ein bisschen, sagen wir hier Platzer. Alles klar, gut, dann saugen wir ein bisschen. Gut, dann pack ich meinen Karton aus. Ob. Fische. Was machst du denn hier? Warte mal, was ist das? Warte mal, was ist das? Warte mal, was ist das? Warte mal, ach Kerze, dann muss ich einfach mal. Na gut, geht's auf die Couch, man hat immer wieder gesehen, deswegen. Was ist das denn? So. Halt eine Blume. Was ist eigentlich nicht in eine Vase rein? Was war's? Na gut, wenn sie auf eine Vase soll, dann soll sie halt auf eine Vase. So, halt, warte mal. Äh. Pözentig. Ich weiß, das macht ja alles gar ganz in was man hier zusammenstellt. was ist das so gut verkaufen wir was so kann ausbrücken da steht hier so dann kaufen wir mal ein doch nicht so dann brauchen wir mal ein rolle bett und ich habe das auch schon alles klar gut meine freundlichen sagen das war's für folge und müssen auch sagen wir geben ab das war's für auf welchen folgen von das glaubt ja schon auf die man sich vorbei bis an